Komm, wir singen ein Lied. Ich mag dich, du magst mich, einen besseren Freund wie dich gib's nicht. Wir umarmen uns und ein Küchen geb ich dir. Und damit ein herzliches Willkommen zu AI-77. Wir sind... Ja, wo sind wir? In einem neuen Horrorspiel. Use Middlemouse to Zoom. Okay. Oh, shit. Eine Matratze. Okay. Wir befinden uns in der Pre-Alpha-Version 0.08. Das ist hier... ...fucking dunkel. Aber... ... die Flügelswirtschaft. Was kann ich hier machen? Flashlight? F? Nein. Es ist hier einfach zu dunkel. Ich seh... Ich seh null. Flashlight. F? F? T? E? Der Tastor? Gar nichts. Rein gar nichts. Wir laufen einfach. Aber es passiert nichts. Mit deinem Mann? 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 Niemand weiß es um ihn da. Okay, wo ist das Winter hier rein? Was genau ist hier los? Und was? Was müssen wir machen? Das tiefschwarze. Oder in die andere Seite. Was muss hier? So, wir fahren gerade durch. Es passiert rein gar nichts. Es ist einfach nur dunkel. Nimm die Taschenlampe. Ich hab mal die Taschenlampe. Oh. Mein. What the? Oh. Shit! Mit Memory-Funktion? Okay. Teddy! Hey Teddy! Hey Teddy! Hey Teddy! 2! Oh. Okay. Das ist nicht mehr ganz. Eine weitere Tür. Nein. Nichts. Alle Bilder sind schwarz. Wie schwer haben wir? 1086? ok Ok Du denkst falsch herum Warum? Medikamente Ein Brautpaar Noch Arbonia, ok Was? Ok Meine Taschennopter ist noch an Ein Ball Wieso Licht haben? Teddy Hast du die Ball hingelegt? Oh shit Prinzess Hey, nein Ok Wir kommen auch in keine Tür mehr rein Ein paar Minuten später Das Licht ist aus Wieso? Oh 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 shit Alter Temperatur Hallo Ist das mal hinter? Nein Wofür sind die Xer? Äh Äh Dichs noch an What the Yo Bitch Please Neue Flaschen Dosen Was zur Hölle Geht hier ab? Was zur Hölle geht hier ab? Muss man nicht verstehen Muss man nicht verstehen Ok Der Ball war vorhin blau Shit Yo Teddy Teddy Jetzt war unter uns Warst du das? Bist du hier am rumspucken? Nein Ist auch wohl besser für dich Prinzess Prinzess Immer noch nicht Lapp Ja Nur noch Vogelgeswitscher Wollen wir noch lachende Kinder Oder? Ok Die Cypher geht nicht wirklich schnell Ist hier irgendwas anderes? Ist hier? Oh Shit Sprinten Oh mein fucking What the fuck Ist das ein Knochen? Ist das ein Oberschenkelknochen? Oh Please Oh Please Oh my god Shhh Hey Shit Um 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 Oh Omegon Omegon Alter ich hab Gänsehaut Oh 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 Ist hier jemand? Oh mein Gott. Teddy. Teddy. Gott. Ist jemand? Ja. 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 Das ist meine verkackte Taschenlampe aus. Meine verkackte Taschenlampe. Meine Taschen. F. O. Grün. Süchte Verarschen. Teddy. Oh mein Gott. Wer soll ich jetzt hin? Da bitte ich dein Ernst, oder? Ähm. Da stehen hier Flaschen rum. Scheiße Teddy. Wenn du da bist, dann sag ich jetzt. Oh mein Gott. Oh fuck you. Jo. Prinzess, ich äh... Warte. Alter, mein Herbst. Mein... Shadeweb. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Viertel nach. Fucking Viertel nach. Hier ist alles unverändert, oder? Hier ist alles... Hier ist alles... Ist der gerade auch runtergefallen? Der Ball? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Prinzess? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh please. Oh please. Oh please. Oh mein. Du willst dich verarschen? Du willst dich wirklich verarschen? Mach die Tasche mal rein. Mach die Tasche mal rein. Jo. Ey. Äh. 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 Oh, so ist es dunkel und am Regnen. Ähm. Hallo? B C A W Hallo? Hallo? B C A W Hallo? 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 B C A W Hallo? From the other side? No? Oh mein Gott. Soll ich kombinieren wo durch? Wie spät haben wir? Die Zeit läuft nicht schneller. Irgendwas ist hier verdammt falsch. Irgendwas ist hier ver... Logo stirbt. Überspinnen wir. Alles klar. Wie lang bei dir? 10. 9. Oder 9. 10. 1917? Der Lichtschalter ist bestimmt im Arsch. Überall sind hier... Kreize rum. Hört ihr halt auch? Ja. Shit. Was steht hier? Können Sie sehen? Ja. Sie sind... ... Oh mein Gott, 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 okay, relax. Puh, es kann dir nichts passieren, du bist hier ganz alleine, mit Teddy, Teddy beschützt dich und hier sifft irgendwas aus der Bude raus, das ist wunderbar. Prinzess, ist alles gut bei dir? Shit, wenn du ein OB brauchst, dann sag Bescheid, der Ball ist rot. Das ist alles noch nicht. Der grüne Lappen, hallo, roter Ball, regnen, jetzt hänge hier Bilder, zu kommen, aus. Und ja, irgendwas leicht Zerstörendes, was wir dann nur Kinder verstehen können. Wie schwer haben wir? 20 nach 6. Oh mein Leute, plickies. Der ober schöne Knochen ist ja da. Der scheiß ist immer noch an. Kann man noch durchgucken? Kann man noch durch? Nein. Ich hab keinen fucking Plan. Ich hab keinen fucking Plan. Okay. Was ist jetzt? Was ist? Teddy. Ja, wo ist's? Suftet noch? Nein? Prinzess? Ich kann bei Prinzess nicht. Der Ball ist blau. War der gerade schon blau? Ich hab keine Ahnung. Ich kann es mir einfach nicht mehr merken. Das Bild ist nicht angedreht. Alle Türen sind verdammt nochmal zu. Die Uhr tickt. Ich mach Techie, Techie. Techie, Techie. Oh mein. Oh mein. Alles klar. Weiter, weiter. Immer weiter. Hinter jeder Tür vermute ich irgendwas. Das. Teddy. Du bist mein Freund. Du bist mein Freund. Du weißt. Wir beide gehören wie... Keine Ahnung. Arsch auf Reiber. Wenn jemand hier vorbeikommt, ruf laut. Sag Techie, Techie. Ich hab'... Ich komm' nicht durch. Nirgendwo durch. Ich geh' nicht vor, er will an. Oh. Alle weg. Alle weg. Nimm den Feuerlöscher mit. Fuck. Ich schwamm' mich einfach nur die Mons. Also der Getrunken, der ganz ehrlich. Der hat die ganzen Flaschen in dir gesoffen. Kann ich anlassen. Verändert sich einfach nichts mehr. Was? Alter. Oh. 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 Oh mein Gott. Oh. Oh shit. Princess? Oh mein Gott. Teddy? Oh shit. Teddy. What's the piece? Kann ich bei mir rein? Leg dich ins Bett. Zieh die Bettdecke drüber. Oh mein Gott. Da hört sich das Psycho an. Warte, der Ball ist grün. Der Ball ist grün. Grün steht für Hoffnung. Mäuschen. Ey, komm raus. Alles wird gut, oder? Nein? Alles wird gut. Oh mein Gott. Wieso hab ich da jetzt gleich Cheatereier? Und auch mal auf zu weinen. Du brauchst keine Angst haben. Alles wird gut. Der Aki ist da. Der Aki wird dich beschützen. Komm, wir singen ein Lied. Ich mag dich. Du magst mich. Einen besseren Freund wie dich. Gib's nicht. Wir umarmen uns. Und ein Küsschen geb ich dir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm her unter den Rauch. Oh shit. Hör auf zu. Hat der Bild die ganze Zeit schon? Ich hab kein Klang. Dieses Geheule macht mich. Spiegelschrift. She is calling me from... She is calling me from wo? Sie ruft mich von... So hell I am fucking... Princess? Ey, wenn die dich anruft. Sag einfach, du hast gerade keine Zeit. Sag gerade, du hast einfach keine Zeit. Und du bist gerade sowieso eigentlich auf den Sprung. Und willst du auch nichts kaufen? Shit, ich komm mit dir wo rein. Oh mein Gott. Und die Uhr tickt und tickt und tickt. Alter, das macht mich kribbelig. Sag mal, bewegt sich der Knochen irgendwie? Kann ich hier mit dem Laden hier was machen? Nein. Ich kann hier nichts machen. Ich kann hier fucking nichts machen. Oh mein Gott. She is calling me from... ...was neues. Ich hab gedacht, jede Runde kommt was neues. Ich hab gedacht, die Lager hat sich beruhigt. Hier passiert nichts. Hier, was? Pinker Ball, wieso ändert der Ball die ganze Zeit die Farbe? Why? Tell me, tell me why? Nein. Oh, please fuck you. Oh, please fuck you. OOOH! 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 Scheiße! Ich krieg jetzt einfach... Ich führ zu alt für den Scheiß! OOOH! Wenn ihr meinen Herzpack jetzt hören würdet, ohne Scheiß, dann ist es wie Techno! OOOH! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh shit, so, ich bin fertig, fix und fertig, und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder ein Abo, oder schreibt es in die Kommentare, wenn ihr ein neues Spiel wisst, schreibt es auch mal, und wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, ciao.